Hallo, Grüezi, guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in den Katakomben unter Uga. Ja wir haben hier ein paar lustige Sandwürmer fertig gemetzelt, die im Wasser sind. Hat mich ein bisschen an den Film Dune erinnert und jetzt sind wir hier voller Stalaktiten und Mieten und diese, die ineinander übergehen. Da habe ich den Namen immer noch nicht herausfinden können. Jetzt gucken wir aber als nächstes mal, was das für Teile da sind. Sehen aus wie Golems. Mein Bogen hört auch irgendwie nicht auf die Gefahr, die da eventuell warten könnte. Deswegen werde ich mich mal eben schnell umziehen und zwar als erstes mal unsere Golem Schutzrüstung und unserem Prügel hier diesen Sturmknecht. Dann speichere ich dann mal auch ab. Ne, ich gebe es ja zu. Ich weiß, dass es Stein Golems sind, weil ich sie mich an dieser Stelle abgespeichert habe und als ich wieder neu geladen habe, dann sind die zuerst komplett da gewesen. Da sind sie so langsam so in sich rein zerbröselt und deswegen. Ja, so ist das. So weiß man vorher, was es ist. Aber der geübte Gothic-Player sieht das auch schon anhand der Meshes oder überhaupt zur ganzen. Komm, 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 komm. Werd wacker. Werd wacker. Ja, endlich wird er wacker. Werd wach. Ja, komm, komm. Und dann machen wir mal diesen Stein Golem. Das ist mein Kaputtinger. Ja, geht ja. Das geht doch so. Und zack, und zack. Und das werde ich dann natürlich mit den anderen Steinen Golem. Gut, ich sage immer Golem, weiß ich auch nicht. Auch so machen, ne? Also, zack, der hat mich auch ein bisschen gewischt. Aber ansonsten werde ich die auch auf die gleiche Art und Weise rauslocken und mit dem Prügelknecht da mal. Ah, das ist ja, boah, das ist ja nicht unwenig, ne? Also, bis dann. In diesem Bereich sind noch zwei Stein Golem übrig. Hauen wir mal erstmal voll zu. Vielleicht kann man den ja, ach so, dann sackt er wieder an sich zusammen. Um aufpassen, dass er nicht so nah hinkommt. Und dann machen wir ihn mal einen Seiten-Ausfall-Schritt. Der haut daneben. Und dann können wir ganz bequem diesen trägen Stein Golem erledigen. Das gleiche machen wir dann noch mit ihm hier. Zum, zum, zum. Okay. Er lässt sich nicht so schnell kaputt. Also, wenn er unten noch zerbröselt liegt, dann passiert also so in dem Bereich mit seinem Schaden nicht viel. So. Los, komm. noch mal einmal Boxtrot tanzen und ihm dann sein Herz stehlen. Ich bin gespannt, was da drin ist. Psst. Ich habe irgendeinen von Belia labern hören. Über Belia. Es sind ja noch mehr Stein Goleben. Dann gehen wir mal scouten. Aha. Hier ist nichts. Ziehen wir uns mal wieder normal an. Tja, was da wohl ist. Was heißt mit normal? Ähm, hier Ritterrüstung. Gut. Dann gucken wir uns mal ganz genau an, wo wir hier sind. Gut. Und zwar Katakomben von Uga. Ah, jetzt sind wir hier in so einem Seitenbereich. Okay. Gut. Aha. Da sind wir durchgeschwommen. Dann werden wir dann später mal wieder zurück durch diesen, durch diese Röhre da. Und eigentlich geht es hier nicht mehr weiter. Also eigentlich, laut Karte. So. Und schaut mal, was wir hier haben. Ein verdächtig aussehender Stein. Aber ich habe noch irgendwas blitzeln sehen. Ja. Und zwar wieder eine Steinplatte der Steintafel der Stärke 2. So. Schauen wir mal weiter, ob hier sich noch was verbirgt. Was ist das? Das ist nur ein Stein. Unbehauen. Hier ist ein Pflänzchen, aber wird nicht angezeigt. Jetzt geht es hier hoch. Jetzt geht es noch mehr hoch. Jetzt geht es da oben hoch. Ach, das ist noch so eine Plattform. Oh. Oh. Aua. So eine Plattform oben hoch. Ja, nicht an der Wanderung kraxeln. Ah, es geht noch rechts rum. Mhm. Das sieht noch Sackgasse aus. Schön gemacht. Schön gemacht. Ah. Ah. Hey, jede Menge Gletscherquerze. Quarze. Er kann auch mal einen Knicks machen. Das macht er selten übrigens. Also, er bückt sich immer nach vorne und dann gibt es irgendwie, indem er einfach nur in die Knie geht. Das sieht dann aus wie so ein Hofknicks. Roland, der freundliche Hofknickser. So geht er an der Stelle mal wieder streichern. Und natürlich auch wieder die Mucke angemacht. Das ist jetzt genauso fast wie immer den Ring aus und an zu ziehen. Roasmaragd. Da liegt eine Spitzhacke. Richtig. Da hätte ich ja mal gucken können, was das für Aquamarine. Roasmaragd. Bergkristall. So, hier ist dicht. Ich muss ja eh wieder zurück. Also kann ich mir gleich mal untersuchen, was wir denn da für Klumpen zu hauen haben. Weil da sind ja noch da, wo die Golems waren, da so ein paar Erzklumpen oder Kristallklumpen. Und da wären wir noch mal hin. Genau, da waren nämlich nur noch ein paar. Aber ich habe nicht ganz geguckt, ob sich hier bei diesen Salzstangen, Salzsäulen, Salzsäulen, ja könnt ihr auch, oder Mineralsäulen sich noch was verbirgt, so drumherum und so. Deswegen werden wir das hier mal ganz deutlich machen. Es gibt hier einen Klassenbruch-Eintrag. Mal Radklumpen. Okay. Werde ich hacken und verschnellern. Ihr wisst das. Ja, ich habe plus sechs Fähigkeiten erlangt. Und bin jetzt zu einem passablen Schürfer geworden. Und jetzt müsste es wieder hier rausgehen. Und ja, genau richtig. Hier ist ja Ganze mit dem Wasser. Mal gucken. Irgendwo wieder absacken. Muss doch irgendwo hier sein. Oder habe ich mich jetzt... Ich bin noch hier irgendwo rausgekommen. Ja. Dann hier. Hm? Hä? Stopp. Tauchen. Ich sehe nichts. Ja. Oh ja. Das ist manchmal ziemlich schwierig. Okay. Jetzt dürfte es hier wieder hochgehen. Jetzt sind wir wieder hier. Und sehen zu, dass wir hier mal rauskommen. Achso. Moment. Hier gibt es ja die Seite. Und dann gibt es da hinten noch eine Treppe. Und es ist sehr dunkel. Was machen wir denn jetzt mal? Ich glaube, ich lege mich mal schlafen. So. Lass mal ein Plätzchen aussuchen. Und dann mal das Ziegenfell nehmen. Und nicht aufpassen, dass wir da mal ausruhen. Aufpassen, dass wir da uns nicht verfransen. Ja, so ist es doch. Jetzt wird die Höhle auch wieder hell. Transluczendent wird sie. Ach, okay. Das ist doch cool. Dann springen wir mal eben in die Fluten hier. Und versuchen wir uns an die Truhe. Ich habe das Gefühl, so intuitiv, das ist nur ein Nebenraum. Ach, das ist noch nicht mal ein Raum. Das ist einfach nur so eine Stiege mit einer Truhe. Na super, klasse. Okay. Aber dafür hat sich das gelohnt. Das war eine Wechsel-Kombo. Herrlichst. Mit ein bisschen Gold. Und während ich da geöffnet habe, habe ich wieder so Mumien gehört. Oder es könnten ja auch diese... Ups, Daisy. Na, komm her. Diese verfluchten Skelette sein. Okay, bevor wir hier hochgehen, einen kleinen Speicherpunkt setzen. Und das Assassinen-Schwert und das vergiftete Assassinen-Messer natürlich auch auflesen. Oh Mann. Unübersichtlich. Was ist... Ja, okay. Ich höre sie schon. Oh, wieder so ein riesiges Teil. Vielleicht sollte ich mal gucken, wo wir auf der Karte sind. Dann gucken wir uns das gleich mal an. Ah, ja, ja, ja. Genau, das Ding in der Mitte. Dieser riesen Riegel da. Schokoriegel. Schidi-Riegel. Schoko. Ja, rote Riegel meine ich. Ja, wo fangen wir denn da mal an? Fangen wir am besten hier so in der Nähe an. Schauen wir mal, ob wir hier gleich ein Schwertchen zücken können, weil sie es brauchen. Nicht, dass er wieder irgendwie aus irgendeinem Grunde mal... Alles klar. Erst absuchen. Was haben wir denn hier? Waffenbündel ist es nicht. Es ist irgendwas... Irgendetwas... Kaputt gebrochen hier. Von der Wand. So. Das ist ja so ähnlich wie in einer Paladin-Höhle. Oh, 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 oh. Hier kann man gucken. Aha. Alter, 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 alter. Das... Das wird jetzt... Ich geh jetzt zickzack durch und beobachte genau, wo es hier was zu holen gibt. Wo hier etwas eventuell auszulösen gibt. Jetzt gibt es wieder einen Rüffel. Hier. Nein, nein. Degen. Alles gut. Ja, nicht hängen bleiben wir mit deinen Füßchen hier. Prost. Okay. Da sind wir ja her, ne? Ja. Das war ja der Gang links. Ich muss mich echt konzentrieren hier. Sonst... Und jetzt geht das... Also da hinten ist ein Eingang. Hier ist ein Eingang. Auf der Karte stand das ja auch. Geh mal hier runter. Ja, da geht es auch wieder runter. Zu einem noch größeren Raum. Ah! Da ist ein Freund. Ein Freund Mumie. Der hängt einfach so rum. Los! Verband abhauen. Und tschüss. Oh, da ist noch ein Freund der Mumien. Ja, okay. Bleib mal da an dem Sockel hängen. Ist nur gut für mich. Oh! Ach, das ist böse. Ja, bis der seinen Arm heben kann. Ist ja schon hin. Also, die sind hier rausgekommen. Hier liegt was. Ein Assassinschwert. Aber trotzdem bleiben wir erstmal... Hier erstmal in diesem großen... In dieser großen... In diesem großen Schiff. In dieser Halle. Und ich sehe da hinten... Das sind Ratten. Ne? Also ich denke mal... Wasserratten. Ja, genau. Wasserratten. Nur befinden sie sich auf Steinen. Und hier haben wir einen... Das ist bestimmt... Ne, ich mach's noch nicht auf. Ich will erst hier den Raum reinigen. Und hier geht es auch wieder runter. Ja, okay. Also, erstmal hier die Ebene reinigen. Da sind ein paar Wasserratten. Viel zu viel. Mein Gott, wo geht's denn überall hin? Okay, da kommt schon einer. Ah, nicht mit dem Bogen. Komm. Alter, was war das? Was hat die jetzt gemacht? Glaubst du's denn? Ich speichere mal ab und esse was. Was war denn das eben bitte sehr? Okay. Haben die so eine Power, dass sie hier gleich einen... in eins wecken... ...mampfen? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Ich weiß, da hinten verbirgt sich ein... Oh mein Gott, wo... Was ist denn hier alles los? Hat solche Riesenteile nicht? Aha. Okay. So. Du hast mich gewittert. Das ist gut. Jetzt muss ich nochmal genau konzentrieren, bevor ich mich... Gott sei Dank. Die hat auch so einen komischen Sound gemacht dabei. Naja, dann wird's mal Zeit, dass wir mal einen Bogen irgendwie nehmen. Und versuchen, das mit dem Bogen zu lösen. Mit den einzelnen Wasserratten. Also erstmal hier die hier. Die ist jetzt wieder weg. Da war das dahinten. Das wird kompliziert wieder für mich. Ah, daneben, daneben. Aha. Nein, schieß doch! Ha! Okay. Okay. Ach, oder sind die auch giftig? Das hier soll noch so ein giftiges Sekret ausstoßen. Das kann ich mir nämlich vorstellen. Da war was. Da war was. Ich meine in einer Folge eine Rasser... Rasserwatte. Ähm. Eine Wasserratte... Los! Okay. Okay. Erledigt zu haben, die auch diese Eigenschaft hat. Obwohl hier nichts Grünes ist. Also ich kann ja auch nicht irren. So, Wasserwatte. Komm her. Lastig. Die Pfeile gehen weg. Ah, das war nah genug dran. Sehr gut. So, und dann werde ich jetzt mal wieder in Stücken zurückgehen. Nicht zu holen. Die haben wir ja alle gelootet. Gelootet. Gelattelt. So, jetzt gehen wir erstmal wieder bis zur Tür hier hin. Und schauen uns mal ganz genau an, ob es noch hier irgendwas gibt. Ja, da bin ich ganz systematisch. Hier ging es nochmal runter. Das machen wir alle später. Beziehungsweise ich. Erstmal will ich gucken, ob hier noch irgendwas ist rum. Äh. Licht. Schaltern. Hebel. Ja, Leute. Ich kann es ja nicht glauben, was hier alles los ist. Oh, noch mehr Mumien. Die kommen da aus der Erde raus. Aus dem Loch. Was ist hier? Aha. Hier geht es hoch. Aha. Das wird echt übel. Mhm. Ich spreche mal schneller. So. Am besten gleich hinter eine Säule verstecken. Wo ist die zweite? Die ist da. Okay. Weiter weg. Die Säulen sind eigentlich ganz gut. Die kommen da nicht so schnell weiter. Ach. Gott. Da prangt er mir einen in die Prank. Oh. Der ist noch am Leben. Der bewegt sich aber nicht. Der hat mich. Dafür hat er mich. Hä? Hat er ausgeholt? Weiß ich nicht. Okay. Ja, war wieder klar. War wieder sowas von klar. Okay. Der bleibt da hängen. Da ist es. Wie ist es denn mit dem normalen Pfeil? Ich treffe die, aber da gibt es kaum Schaden. So. Okay. Jetzt hat sich immer gelöst. Was machst du denn? Der bleibt da noch hängen und ein paar Schritte zurück. Damit er da hinten hängen bleibt. Und jetzt einen großen Ausschlag machen. Einen kleinen Ausschlag. So. Und die Mumie auch nochmal hier. Okay. Hier an die Säule drücken. Und dann. Mal gucken hier. Ja, die nimmt mir auch was weg. Alles klar. Und ganz schnell umdrehen, weil ich habe noch was gehört. Okay, da geht es auch noch weiter. Jetzt gucken wir uns mal hier die Ecken an. Mann, no meter. Das ist ja ein riesen Komplex. Also echt Kompliment an die Leute, die das erstellt haben. Und so viel Fantasie auch. Da gehört echt was dazu. Ich weiß wovon ich rede. Das alter Blenderer. Oh, was ist denn hier wieder los? Was haben wir denn hier gehört? Oh, was haben wir denn hier gehört? Kam das hier raus? Geht es nicht weiter. Ach, schaut da mal. Guck. Okay. Ein Wasserrat, die will da irgendwie durch. Ja, okay, die ist jetzt hier auch. Kann ich durch die Gitter noch looten. So, gucken wir mal, ob es hier irgendwo einen Schalter gibt. Oder einen Ring oder ein Ornament. Ja! Ist mir beim Reingehen gar nicht aufgefallen. Das ist wirklich... Da muss man wirklich, wirklich gucken. Ach, ist das alles vertrackt? Letcher Quarz. Also hier kann man... Wunderbar, was macht der denn da hinten? Wunderbar, also okay. Ein Schlag und die Wasserrat ist hin. Und ich höre wieder Mumien. So, bin ich denn überhaupt mit dem Hauptkomplex fertig? Ich meine noch nicht. Wo ich mich... Ich nehme mich hier wieder... Okay, das werden wir uns mal merken. Das war hinten links. Apropos hinten links. Ich werde jetzt noch mal Bolles Karte ausgraben. Und dann gucke ich mal ganz genau, wo es da lang geht. Wie viele Seiteneingänge wir haben. Aha. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dreizehn oder vierzehn gehen davon ab. Ich bin im unteren Bereich. Und hier geht es geradeaus durch zu so einem kreisförmigen Teil. Gucken wir mal, was es da hat. Hier gibt es natürlich nichts. Also gehen wir erstmal hier. Diesen kreisförmigen. Ja. Jungen, bist verdurstet oder was? Hier liegt noch ein... Nee, hier liegt nichts mehr. Ungeschliffener Amethyst. Aber hier geht es noch irgendwie hoch. Na klar, man müsste ja echt Stockwerke bauen, ne? So, geht es hier noch irgendwo runter? Nein. Okay. Und dann wagen wir uns mal hier hoch. Dann ist da... Oh, schau mal, was ist denn da? Ach so. Eine brennende Pfanne. Ups. Okay, hier hängt mal wieder ein Spruch. Aha. A door. A door, a door, a door, a door. Ist hier irgendwas? Okay, eine Amphore, eine große. Okay, das habe ich ja gesehen. So, die Tür unten, die werde ich natürlich nachher auch mal versuchen zu öffnen, aber... Ohne den richtigen Schlüssel, kriege ich das hier auf. Äh, wer hat es denn da... Wer hat es gedacht? Wer hat es gedacht? Wer hat es gedacht? Nein. Natürlich die, die wir wissen, was los ist. Das ist gut so. Okay. Also... Dann gehen wir Renni, Spenny, Danny zu dieser anderen Tür da hinten. Weil ich brauche ja, wie wir ja wissen, mehrere Schlüssel. Ja, das ist ein riesen Komplex. Da braucht es ein bisschen. Und ich dachte, hier hätte ich wieder den Spruch zu hören, ohne den richtigen Schlüssel. Oder mir fehlt der richtige Schlüssel. Ich darf es jemals ändern hier. So, mal gucken, was hier noch... Steckedeit könnte sein. Nichts. Also hier sind so viele Dings. Gespräche. Kann das sein, dass hier oben drüber irgendwelche Pipels sind? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich werde mich auf jeden Fall erstmal richtig ankleiden. Nicht, dass es dann wieder irgendwie heißt, ähm... Wie bist du denn? Oder sonst irgendwie was? Kann ja sein, dass hier irgendwer seine Wachen da abgestellt hat. Hier. Wachen für die Katakombe oder so. Das hätte ich dir vorher sagen können. Wisse? Ah, ich weiß, wo wir sind. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie aus. Hm. Ich hätte nicht bewegen sollen. Ich habe nämlich gerade eben geguckt hier, was ich... Ob ich Fleischwanzensprüche habe. Die habe ich. Weil ich war nämlich der Meinung, ich würde hier beim... Amma draus kommen. Nachher komme ich hier nicht durch, was? Nee, shit. Bei der Meinung, der Spalt wäre groß genug. Nein. Ich lade nochmal neu ein. Ja, nochmal neu eingeladen. Jetzt stehen wir wieder vor der Tür. Und, äh... Ist mir aufgefallen, ich hatte nämlich noch die Paladin-Rüstung angehabt. Und dann war ein Ork, der hat gesagt, ich mache die fertig. Also hier kommen wir nicht rein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie aus. Mensch, welcher Schl... Welches Räumchen ist denn das? Ist das das, wo... Von Amat? Der Zugang zu den Katakomben? Nee, kann ja nicht sein. Die Tür habe ich ja aufgekriegt. Na gut, okay. Gehen wir aber weiter. Weil wir sind hier schon richtig... eng bei der Zeit. So, jetzt fange ich mal wieder an. Und zwar wieder systematisch. fangen wir erst mal von hier hinten an. So. Hab ich hier alle schon durchgeguckt? Ja. So, und zwar... Wir fangen, ähm... Wo fangen wir an? Hier. Links. Machen wir auch erst mal den Speicherstand. Ich habe ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier... Okay. Das ist nur ein Balkon. Dann gehen wir jetzt hier mal runter. Jetzt habe ich ja wieder meine Assassinenrüstung an. Weit, 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 weit. Was haben wir hier in der Ecke? Gibt es hier noch irgendwas? Nein. So, wenn ich irgendwie wieder so eine Mumie sehe oder sowas, weiß ich, das muss ich mich... Mich wieder ein bisschen besser ausrüsten. Nee. Also bis jetzt sieht man nichts... Besonderes. Außer, dass da ein paar Items... Liegen. Reines Manner. Laborwasserflasche. Wieder eine Laborwasserflasche. Reine Lebensenergie. Ansonsten noch was. Ansonsten haben wir hier wieder eine Aussicht auf diese... Ach, hier kann man runter. Hier kann man runter und da ist ein... Ich glaube, da ist ein Typ. Meuchelmörder. Äh. Mag ich nicht. Noch ein Meuchelmörder. Was heißt das? Ähm. Ich speichere mal. Deswegen gucken wir uns mal genau an, wo sind die Meuchelmörder sind. Okay, da rechts oben in diesem Bereich mit der... mit der Säule und der Wendeltreppe. Okay, das lässt sich gut merken. Merken, Meuchelmörder rechts oben in der Säule. Denn da... Da nehme ich es nicht mit denen auf. Nein, das nehme ich nicht in Kauf. Deswegen... Ich woanders hinlaufe. Ja, ja. Ja, die fallen mir blöderweise immer spontan ein. So, ähm. Wir haben angefangen hier. Hier wollten wir nicht weitermachen. So, dann, ähm. Haben wir hier die... Hier gibt es noch was. Das haben wir abgegrast. So, und hier kamen die Mumien raus. Und... Kurz abgespeichert. Schauen wir mal, ob es hier irgendwie... noch mehr Mumien gibt. Äh? Nein! Nein! Richtig. Ich bin aus einer... Was? Hä? Ja, ja. Ich wieder. Nicht so blöd. Ja, ich weiß. Ja, das ist klar. So, also. Dann ist das schon mal okay. Da sind wir raus. Natürlich mit der Gardine da oben am Hacken. So, dann gehen wir mal hier hin. Was war denn? Okay, ich höre wieder Stimmen. Und ich höre was Knurren. Das könnten wieder Wasserratten sein. Oh Mann. Wie zockt mir da wieder Leben ab, wa? Was ist denn los hier? Wo bist du denn hin? Ja. Tja. Guck mal, wo dieses knusprige, knurrende Gerät ist. Ah. Nein, das sind noch weitere Mumien. Und das wird wieder... Du sollst da nicht hinrennen. Sorry, Leute. Der ist einfach so hängen geblieben. Jetzt bleiben die beiden da hängen. An der Stelle. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Gut. Hier rechts rum. Da bleibt der andere auch noch hängen. Hoffentlich. Oh, Mann. Oh, Mann. Diese garstigen Mumien. Jetzt aber. Komm. Oh, weia. Ne, das ist nicht gut, weil ich habe wieder kaum Energie. Das heißt eben schnell noch mal Energie tanken. So ein bisschen Energie getankt. Ah, er bleibt da treu in der Ecke hängen. Ist sogar hingefallen, ey. Ja, das ist es eben. Ich will ja schließlich an die Truhe ran, liebe Leute. Boah. Okay. Gift. So. Jetzt sind wir wieder bei den Meuchelmördern, ne? Was haben wir denn hier? Pfeilpaket. Pfeilpaket. Wann sind das jetzt hier die Meuchelmörder? Jedenfalls sieht das so aus. Ja, das müssen sie sein. So, bevor ich die Truhe öffne, ich verabschiede mich und bedanke mich für euer Zusehen. Einen Daumen und einen Kommentar. Danke. Tschüss. Ja, dass du dich gut ist. Ja, das ist es nicht. Ich weiß. Ich weiß. Das ist nicht. Ich weiß. Ja, das ist nicht. Das ist nicht. Ich weiß. Vielen Dank.